in diesem video sprechen wir über kochfelde mit integrierten abzug und zwar gehen wir der frage nach welches system ist das beste und bei dem video wie immer viel spaß herzliche grüße von gutsmann küchen denn essen gut alles gut und das kommt von küche gut ja und zu einer guten küche gehört natürlich ein gutes kochfeld und ein passender dunstabzug und warum nicht beides ineinander vereinen in einem gerät mit einem system und deshalb befinden wir uns hier in herfurt also nicht beim giro italia sondern in herfurt im flagship store von bora denn hier haben wir die möglichkeit euch die komplette produktpalette der kochfelder mit integrierten abzug zu präsentieren zu zeigen und natürlich zu klären welcher abzug ist denn jetzt der beste los geht's ja bora bietet uns zwei einbauarten zwei bauweisen an zum einen hier auf dieser insel gezeigt die kompaktgeräte das heißt kochfeld und abzug in einem gerät komplett integriert also der motor direkt auch am kochfeld dran und ja wie es immer so schön in der beratung sage wir haben hier plug and play also bei den kompaktgeräten sehr einfach in der planung und natürlich auch in der installation in der montage man kann das kochfeld einsetzen gerade wenn es im umluftbetrieb ist ist wenn es angeschlossen ist sofort startklar das andere sind die module die modul bauweise da haben wir das bora classic und das bora professional die schauen wir uns dann im weiteren video dann genau an diese systeme sind modular aufgebaut und der motor kann flexibel platziert werden in der küchenplanung kommen wir zu den kompaktgeräten da haben wir einmal das bora basic das befindet sich jetzt hier vor mir wir haben kochfeld mit insgesamt vier kochzonen das sind jetzt kochzonen mit strahlungswärme also das klassische in anführungsstrichen seranfeld mit dem integrierten abzug wir haben die abdeckung leicht erhöht können die rausnehmen und haben dann hier den metallfettfilter auch hier das thema metallfettfilter fettfilter effizienz meiner meinung nach beim abzug sehr sehr wichtig da gibt es natürlich auch im hausebohrer den ein oder anderen unterschied dazu dann später mehr von der bedienung her eine klassische touch bedienung auf dem kochfeld und das ganze kann natürlich wie hier flächenbündig oder aufliegend eingebaut werden ja auf das basic folgt bei den kompaktgeräten die pure serie die jetzt den rest der insel befüllt und zwar haben wir hier mehrere modelle wir haben das pure wir haben das m pure das x pure und für besondere planungslösung wenn nicht also viel platz ist das s pure ja und was unterscheidet jetzt die kochfelder wir haben die kochfelder in einer breite von 76 cm wir haben immer mittig den abzug und außen jeweils die vier kochzonen und die vier kochzonen bilden den eigentlichen unterschied der einzelnen kochfelder dann gibt es noch ein paar kleine feinheiten aber die wesentlichen unterschiede sind hier die kochzonen wir haben hier klassisch vier einzelne induktions kochzonen die nicht miteinander verbunden werden können beim pure der abzug selber ist dann wieder identisch beim pure habt ihr auch die möglichkeit hier die abdeckung für euch für euer küchendesign zu individualisieren mit den verschiedenen farben und wenn man die abdeckung abgenommen haben verbirgt sich natürlich auch hier der metallfettfilter ein etwas anderer aufbau denn wir haben hier noch eine fettauffangrille das kennt ihr ja schon aus dem video filterwechsel für die pure serie dass wir immer euch noch einen ersatz einen zweiten filter mit bestellen dass ihr einen in die spülmaschine packen könnt zum reinigen denn wir haben hier immer eine sehr hohe fettkonzentration und damit das fett nicht fest nicht harzen kann immer hier die empfehlung nach dem benutzen ab in die spülmaschine und den zweiten filter einsetzen damit ihr dann bei bedarf das kochfeld wieder benutzen könnt ja bei der um luftversion ist dann natürlich auch noch hier der aktiv kohle filter mit integriert also ihr müsst nicht irgendwo im unterschrankbereich oder im sockelbereich ran sondern ihr habt hier diesen integriert auch das haben wir euch schon mit in dem filterwechsel video und auch in der speziellen vorstellung mit präsentiert also das wieder verstaut und dann wechseln wir zum mpure bevor wir zu dem mpure kommen habe ich für euch noch hier eine sonderlösung denn nicht jeder hat so viel platz und möchte aber trotzdem ein kochfeld mit integrierten abzug haben deshalb gibt es von bohrer auch das spür das sp hat statt den 76 zentimeter nur 58 zentimeter kochfeldbreite hat insgesamt vier kochzonen mit unterschiedlicher größe wir haben hier eine große eine mittlere kleine eine ganz kleine und im bereich lüfter steht natürlich das spür den anderen pür modellen in nichts nach denn wir haben natürlich hier wieder die farbige abdeckung wir haben den metallfettfilter mit fettfilter effizienz a und wir haben auch hier den integrierten aktiv kohle filter wenn ihr das ganze als umluft variante nutzen wollt dann sind wir hier beim bohrer mpure angekommen glasfläche die gleiche größe abzug ist auch identisch generell alle bohrersysteme arbeiten mit demselben lüfter oder mit demselben mit derselben leistung wir haben hier den unterschied zum pure wir sind schon mit der grillplatte denn wir haben neben den beiden einzelnen induktionszonen hier dann die flächen induktion beziehungsweise wir haben hier zwei einzelne induktionszonen die miteinander kombiniert werden können und da sich die bedienung hier in der mitte befindet haben wir hier die komplette tiefe des kochfeldes zur verfügung und können natürlich hier wunderbar mit so einer großen schönen grillplatte arbeiten ja das was der unterschied ist zum basic wir haben natürlich jetzt hier den abzug die abdeckung flächenbündig eingebaut und auch hier derselbe aufbau wie beim pure ja das mpure ist im herbst 2023 vorgestellt wurden und ist quasi die zwitter lösung aus pure und xpure und somit gehen wir dann direkt zum xpure ja dann haben wir schon hier das bohrer xpure und das xpure ist im unterschied zu pure und mpure in der glasfläche breiter denn wir haben hier statt den 76 zentimeter 83 zentimeter hier auch aufgepasst bei der planung denn hier wird ein größerer kochstellenschrank gefordert also in der breite dann haben wir vier induktionszonen als flächen induktion das heißt wir können immer die übereinander liegenden kochzonen miteinander verbinden beziehungsweise verbinden sich dann wenn zum beispiel so eine grillplatte aufliegt automatisch der abzug ist identisch aber die abdeckung ist eine andere also die schönen farbigen abdeckung passen hier so nicht hinein und der unterschied habt ihr vielleicht schon in den schnittbildern gesehen die bedienung hat auch hier ein anderes farbdesign denn wir haben beim pure die rote variante beim mpure die weiße bedienung und hier beim xpure die blaue bedienung das sind hier die wesentlichen unterschiede wir haben für euch in der video beschreibung einen link wo ihr eine pdf findet wo wir alle hier im video genannten geräte noch mal nebeneinander auflisten und euch die direkten unterschiede zeigen apropos zeigen es wird zeit für die modul kochfelder sind wir hier an der zweiten insel bei den modul kochfeldern angekommen und da haben wir einmal auf dieser seite borra classic 2.0 und auf der gegenüberliegenden seite die variationen von borra professional 3.0 ja und was sind hier die unterschiede was machen diese systeme besonders beim borra classic 2.0 ist es die einbautiefe denn diese modularen kochfelder mit abzug können in 60 zentimeter tiefer arbeitsplatten integriert werden beim borra professional geht das leider nicht da brauche ich dann eine übertiefe arbeitsplatte ja und bevor wir jetzt noch tiefer hier in diese thematik einsteigen wo liegen wir denn überhaupt preislich bei diesem ganzen system wir hatten hier eingangs über das borra basic gesprochen das hat ein uvp um die 2400 euro die pure serie die geht bis uvp knapp 4000 euro und hier je nach ausstattung beim borra classic 2.0 kann es bis 7000 euro gehen uvp und beim borra professional sogar bis 9000 euro wer dann natürlich extrem in die breite geht werden wir dann gleich sehen da kann es natürlich dann auch höher werden so erst mal die preisliche einordnung ja was haben wir denn jetzt hier für module beim borra classic 2.0 zur verfügung ja wir haben natürlich den mittelteil klassisch den abzug hier nicht mehr rund sondern länglich mit der bedieneinheit mit dem bedienelement und wir haben hier auf der rechten seite das klassische induktionsmodul auf der linken seite ein gas modul auch hier kochen mit gas in diesem falle funktioniert es bedarf ein paar besonderheiten ein paar herausforderungen denn es muss gewährleistet sein dass die flamme durch den abzug nicht ausgeht und natürlich dass die flamme nicht in den abzug gezogen wird denn der fettfilter könne sich ja in dem falle dann auch entzünden ja was haben wir noch wir haben hier ein modul einmal klassisch ceran kochfeld also strahlungswärme und ein element auch strahlungswärme aber natürlich was brauchen wir oder was wird gerne gewünscht bei strahlungswärme die bräder zone das wird hier gewährleistet indem beide zonen miteinander verbunden werden können ja und dann hatte ich ja schon angekündigt ihr könnt das ganze natürlich auch in die breite bauen wir haben hier jetzt eine lösung die in summe circa 1 meter 21 breit oder lang ist und haben hier natürlich ein tepan wir haben ein wog modul das heißt haben die wog mulde und wir haben wir das jetzt schon vom xpure kennt dann die flächen induktion wenn es natürlich in die breite geht reicht ein lüfter modul nicht mehr aus dann brauchst ein zweites also wir haben jetzt ja hier drei kochzonen dafür zwei lüfter module und wenn wir nochmal hier zur seite gehen können auch ein schnittbild einblenden haben wir ja die möglichkeit auch vier kochmodule zu planen und auch da brauchen wir dann wieder nur zwei lüfter einheiten apropos lüfter einheit wir können auch hier nochmal reinschauen also wir haben flächenbündig die abdeckung dann die fettfilter kassette mit entsprechend auffangvolumen für feuchtigkeit das ganze natürlich auch spülmaschinen geeignet und beim boha classic wird es dann interessant was die luftführung angeht und die schauen wir uns gleich hier vorne auf der anderen seite der insel mal im detail an bedienung haben wir auch hier eine klassische touch bedienung das schöne ist wir haben hier eine vertiefung beim slider im glas ganze wird aktiviert das leider dann mit einer schönen animation wir haben jetzt das ganze hier in blau unterlegt und hier bei dieser einheit ist jetzt nur der tepan angeschlossen bei dem slider daneben wir haben gleich sehen welche beiden module damit integriert sind klassisch klar lüfter kann ich hiermit entsprechend ins leider einstellen und natürlich dann wechseln auf den tepan tepan ist natürlich was was heiß wird und damit ändert sich dann auch die farbe des leiters in rot und das ganze noch mal zu verdeutlichen also auch hier eine optische ein optisches highlight der lüfter blau und der tepan rot kann man also nicht verwechseln ja ergänzend schauen wir noch mal hier auf dieses modul und da sehen wir dass wir einmal hier die flächen induktion haben mit den zwei kochzonen und auf der rechten seite dann die bedienung für unsere lockstelle anders wie bei den kompaktgeräten sitzt beim boha classic die lüfter einheit im sockel also wir haben einen sockellüfter das ist dieses modul das ganze wird ergänzt über einen schaltdämpfer wir haben natürlich dann die entsprechenden kanalstücke die für die einzelne planung gebraucht werden bei einer abluft geht dann das ganze über den kanalmauerkasten nach außen bei einer umluft kann dann hier über diesen aktivkohlefilter das ganze dann auch noch mal geruchstechnisch gereinigt werden vom motor her sei zu sagen auch wenn das jetzt ein anderes gehäuse ist weil das der sockelmotor ist ist die motoreinheit in jedem kochfeld identisch beziehungsweise die gleiche und ja ihr habt schon gehört ich kann auch noch mal hier direkt an mein mikro halten da hören wir nichts wir haben hier ein ein motor der magnetisch gelagert ist dadurch ist er wie gehört oder nicht gehört extrem leise erst wartungsfrei und extrem langlebig und wie gesagt dieser motor wird in jedem abzug hier den uns gerade angeschaut haben mit verbaut der extrem leise motor ist natürlich von den bohrer kochfeldern das herzstück und sorgt dafür dass wir in anführungsstrichen nur das luftgeräusch hören und bei dem geräusch ist es ja auch immer abhängig in welcher frequenz arbeitet das geräusch wie empfinden wir das geräusch und bei bora ist es eine frequenz die für unser gehör sehr angenehm ist ja und kommen wir dann direkt zum bora professional da habt ihr natürlich auch die möglichkeit wie bei dem classic dass ihr mit dem sockelmotor arbeitet aber ihr habt auch beim professional die möglichkeit das ganze wie bei den kompaktgeräten unter dem kochfeld direkt zu platzieren ja und beim bora professional 3.0 könnt ihr erst mal zwischen zwei oberflächen wählen beziehungsweise beim abzug und den bedienknebeln das gleich das nächste highlight wir haben hier nicht mehr die klassische touch bedienung sondern wir haben in der möbelblende die bedienelemente die knebel die knebel einmal haptisch aber auch noch integriert mit einer anzeige anzeige einer digitalen anzeige und mit einer integrierten touch bedienung hier jetzt wie gesagt die schwarze variante die edelstahl variante werden wir gleich sehen der mittelteil leichter haben der kochfeld abzug wenn er nicht aktiv ist geschlossen wenn er aktiv wird öffnet sich die die abdeckklappe automatisch und wir haben hier wie beim classic schon unterschiedliche kochzonen unterschiedliche module mit dem strahlungs also mit der strahlungsheizung einmal hier klassisch zwei kreise und hier zwei kreise mit unterschiedlichen größen einteilung für mehr flexibilität das ganze gibt es dann auch noch wie muss halt auch beim classic gesehen haben als erweiterung mit räderzone dann gehen wir noch mal nach links da haben wir jetzt hier auf der rechten seite das klassische induktions kochfeld den abzug in edelstahl passen dann auch hier die knebel in edelstahl und das ganze mit dem gaskochfeld oder dem gas modul ergänzt eine ähnliche anordnung wie wir seit schon beim classic hatten und auch schön zu sehen bei den knebeln dass wir auch hier dann in dem fall die bohrer steckdosen für die möbelblenden integriert haben diese funktionieren natürlich auch bei den kompaktgeräten dort habt ihr ja dann auch immer die möbelblende wo die lüfteinheit dahinter setzt da können dann auch steckdosen elemente mit einplanen ja dann gehen wir noch mal zu der großen variante zu dem großen modul da haben wir natürlich hier das tepan wir haben wieder die flächen induktion und die wok stelle das ganze natürlich etwas größer als wie bei der classic variante und beim tepan sei gesagt dass wir hier die möglichkeit haben über die bedien knebel nicht eine stufe einzustellen sondern wir können hier die temperatur einstellen und das ist natürlich für den koch bzw bratvorgang sensationell also das tepan ist richtig genial auch beim bora professional gilt der herausnehmbare metallfettfilter soll regelmäßig am besten in der spülmaschine gereinigt werden empfehlung auch hier den zweiten mit in der schublade zu haben damit ihr immer ein einsatzbereites kochfeld habt und ihr habt ja auch schon immer hier gesehen wir haben hier verschiedenes kochgeschirr speziell von bora zum einen die grillplatte den wok die sind bereits käuflich erwerbbar und das kochtopfset was ihr hier schon seht das wird ab herbst 2024 zu bekommen sein speziell auf die einzelnen kochfelder abgestimmt und natürlich dann auch mit dem deckel der hier speziell für die abzüge gestaltet wurde und das ganze natürlich bora typisch in einem sehr edlen design ja und welches kochfeld ist jetzt nun das beste das beste kochfeld meiner meinung nach gibt es nicht denn jedes kochfeld hat merkmale spezielle merkmale und jeder nutzer jeder koch hat auch ganz spezielle anforderungen und ja bei der vielzahl der möglichkeiten die wir uns hier angeschaut haben ist für jeden das passende das richtige und dann natürlich in dem fall auch das beste dabei mein persönlicher favorit im kompakt bereich ist ist das bora x pure und im modul bereich das bora professional 3.0 edelstahl variante mit dem modul flächen induktion und dem modul t-pan weil das t-pan wie gesagt kann ich grad genau einstellen und es zeigt mir im display dann natürlich auch die entsprechende temperatur an die gerade erreicht ist und das schöne die temperatur wird konstant gehalten also das hier wirklich eine innovation die mir persönlich sehr sehr gut gefällt wenn euch das video gefallen hat gern einen daumen nach oben da unseren kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren weitere technik videos findet ihr über den link und ja dann sehen wir uns in einem der nächsten videos oder immer mittwochs und sonntags wenn es heißt küche gut alles gut schau tschüss euer robot